Willkommen liebe Leute, es wurde im Video. Wie ihr es mitbekommen habt, habe ich gestern, oder wie ihr es bestimmt bekommen habt, habe ich geistern die 200 Abonnenten sensationellerweise während eines Livetreams geknackt. Und das war schon sehr krass und sehr plötzlich tatsächlich auch, da haben uns über 30 Leute einfach instant und einen Livetream eingeblendet, äh, abonniert haben. Ich habe das am Ende von dem Video nochmal eingeblendet. Die Szene müsst ihr euch unbedingt nochmal anschauen, ist richtig witzig. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt so mitteilen, was ich mir jetzt überlegt habe für mein 200 Abonnenten-Special. Was ich da mache und erst habe ich überlegt, ich mache zwei Sachen. Einmal mache ich, ganz kurzfristig, heute Abend ab 20.15 Uhr ein Livestream, zusammen mit einem Freund. Ähm, das könntest du als erster Teil des 200 Abonnenten-Specials sehen. Das Stream ist einfach ein bisschen was, da spielen wir alle Spielwollens, die ihr es wünscht und ein bisschen was am PC. Ähm, ja, und feiern einfach die 200 Abonnenten, ne? Machen wir uns heute einen schönen Abend, ne? Das heißt, 200 Abonnenten-Specials streamen, also keinen 12-Stunden-Stream, sondern einfach nur so einen Stream. Heute ab 20.15 Uhr live. Und, des Weiteren habe ich mir noch was anderes von 200 Abonnenten-Specials überlegt, also ein richtiges Special-Video. Das kommt dann so die nächsten Wochen online, muss ich noch einstellen, muss ich noch schauen, wie ich es hinbekommen. Das kommt dann aber auch planmäßig irgendwann in den nächsten Wochen. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall wirklich danke, danke, danke für die fette Unterstützung. Über 200 Abonnenten, das ist krass, das wissen Sie, 204 oder so. Oder 203. Das ist erst krank. Und ich habe erst lange gesagt gedacht, das ist wirklich ein Bot, das ist ein Bot, weil es kann nicht sein, dass so viele Abonnenten wirklich Instant Plus bekommen. Aber inzwischen glaube ich nicht mal, dass es ein Bot ist, weil die Leute dann wirklich real sind und in den Kommentaren schreiben, die wir jetzt pressen, wenn es wirklich real ist. Das ist erst krass. Mit 30 Abonnenten Plus bin ich in einem Tag, das ist auch erst, erst krass. Ja. Danke. Es ist einfach nur Danke dafür. Ähm, ja, und ich werde mich heute Abend beim Streamen auch nochmal wirklich groß mehr bedanken. Bei euch, wobei es jetzt auch rund umruhe. Und ja, ich habe jetzt nochmal hier die, nochmal ein paar Szenen eingebunden vom Streamen, wo wir sie was Leute abonniert haben. Ähm, wo es mir halt gedacht, dass es ein Bot war, das ist auch sehr witzig. Ähm, die zeige ich also nochmal und ich möchte mich auch nochmal wirklich bei allen bedanken für die Glückwünsche und 200 Abonnenten diesem Teil sogar noch gestern Abend. Nach Mitternacht kamen, wie ich das Video, das erste Video dazu geladen habe, wo das instant passiert ist. Danke dafür. Und natürlich auch noch herzlichen Glückwunsch innerhalb des Zeitraums gewünscht haben, wo ich das viel hochgeladen habe. Das heißt, dass die Community einfach mehr oder weniger an so gesmarter Fahrt kommt, grund um die Uhr aktiv ist. Und das finde ich richtig, richtig gut. Daumen hoch. Ihr gebt bitte Daumen hoch. Abonniert am besten, klar, falls ihr da seid. Falls ihr, ähm, ja, mehr sehen wollt. Ansonsten Dinge wollte ich sagen. Ihr sagt, jetzt könnt ihr nochmal so die Besten sehen. Die Besten Abos sehen vom Livestream. Habe ich direkt jetzt bearbeitet und für euch gemacht, das Ganze. Ich bin schon extra früh aufgestanden. Und, ne, was nicht alles was machen, ne? So, Sof, wir sehen uns heute Abend beim 200 Abonnenten-Special-Stream ab 20.15 Uhr live. Ich weiß, es war sehr kurzfristig, aber die 200 Abonnenten auch, so dann passt das, ja, ne? Ähm, ja. Ne, Sof, ich seid heute Abend dabei. Heute ist heute Abend, Leute. Ich hab's mir mal schau, aber genau nicht abzuhalten. Denn jetzt kommt, wie gesagt, ein paar Auslitte aus dem Stream von gestern. Das ist krass. 180 kam es jetzt. Oh, jetzt hat mich aber jemand abonniert. Ich, ich seh's grad nicht mehr. Ähm, hier. Äh, 89, Rudolfx, Mest. Danke fürs Abonnieren. Das wird jetzt immer schön angezeigt, by the way. Danke dafür. Ja, das ist toll. Ja, das wird nämlich erklären, warum der letzte Abonnenten nicht angezeigt wurde. Das ist halt echt so. Ja, aber das ist wirklich retype. Das war genau in der Sekunde, wie es 180 kam, kam das. Finde ich lustig. Ja, das ist echt. Aber, jetzt hab ich schon noch 81. Ich hab schon noch 81. Was geht ab? Wird es angezeigt? Wird es doch angezeigt? Ja, bei diesen Live-Subscribers. Jetzt haben wir schon noch 81. Was? Ja, dann ist es sofort. Das ist dem, wo du gut bist. Ja, jetzt wird's angezeigt. Let's play GTA SAA. Oh mein Gott. Der GTA-Typ hat mich abonniert. Ich feier's grad. Echt? Ja, wirklich. Es wird gleich zum Stream angezeigt. Danke, GTA-Typ. Für's Abonnieren. Also, der bleibt die ganze Zeit. Ja, der hat mich abonniert. Der hat's wirklich abonniert. Die seht sich erst im Stream. Ich feier's grad erst. Mein Gott. Der Typ, der mis instant beleidigt, abonniert mich. Animiert jetzt. Der meint, wurde abonniert. Ja. Recent, danke fürs Abo. Das ist jetzt aber endlich mal wieder ein erstes Abo. Danke dafür. Ich sag' danke. Also erst danke dafür. Mal schauen, die habt jetzt zu, dass der... Das hier auch richtig anzeigen. 181. Mal wieder ein erstes. Sollte ich jetzt auch mal wieder irgendwas machen? Schau' mir mal an, wie krass die Welt das jetzt so vergrößert hat. Aber wird schon langsam erst was hier die Welt. Ganz klein angefangen. Immer größer werden. So ungefähr. Ich mach' heute Schluss, ne? Okay. Aha, die Fahr. V-S-V-S-A-S-A-R-O. Danke auch an dich fürs Abonnieren. Wenn's jetzt flutzt, dass soll ich so runterhalten. Abos, ey. Danke dafür. Ich soll erst mal festgemacht machen. Danke fürs Abo, ne? Das mach' ich jetzt extra an. Schreib's auch noch mal ein Set. Und das Setz habe ich auch noch mal YouTube Subscribers. Ja. Nochmal ein. HXHVSB. Auch an dich. Danke fürs Abonnieren. Oh, klar. Wird. Weil das ist... Lieben Duki. Danke fürs Abonnieren. Also was ist jetzt los? Instant 4 hintereinander. Danke auch an dich fürs Abonnieren. Hier. Danke. Ich hoffe, du bist ein richtiger User. Danke. Also jedenfalls mal. Ach, das ist so lustig. Alles klar. Läuft ihr ab? Was läuft ihr ab? Was läuft ihr ab? Das ist eine Aufregung, ey. Das ist eine Aufregung. Buch 5. Ja. Wie bitte? Habis oder Willis? Was meinst du? Danke. So, jetzt wechseln wir mal jetzt von Szene. Äh, hier. Wir sehen das. Live, live Subcrowned 186. Ihr habt da gerade einen Film gesehen. Einer nach den anderen. Das ist einfach nur krank und krass. Ich komme da gerade erst nicht drauf klar. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Ist das jetzt ein Bot oder wie ich mir meist das vorstellt? 13 Likes. Das ist 14 Likes inzwischen. Das ist einfach nur krank. Ja, 15 Likes. 7. Das ist krank, ne? Oh, wieder. Danke fürs Abo. Ähm, Dietmann. Danke fürs Abonnieren. Es geht immer weiter und weiter. Danke fürs Abonnieren. Das ist doch krank. 187 Abos. Was geht hier ab? Was geht hier ab? In den letzten 10 Minuten ist es dann 10 Abos plus. Was geht hier ab? Hey, es sind schon 16 Likes. Jetzt sind es auf einmal 16 Likes. Alles klar. Was geht hier ab? Na, aber. Schon wieder einer. Nee, oder? Luca Munda. Danke fürs Abonnieren. Aber wie krank ist das? Danke fürs Abonnieren. Aber trotzdem. Wie krank ist das? Krass. Uh, schon wieder einer. Alles klar. Äh, Lucky Race. Danke fürs Abonnieren. Was geht ab? Jetzt habe ich schon 190. Alles klar. Ey, Leute. Eskalation pur. Hier. Äh, danke fürs Abonnieren auf jeden Fall. Wir zahlten jetzt nochmal geschwind in den Stream zum Computer, damit ihr sie einfach seht. 190 Abonnenten. Ey. Digga. Ja. Das ist doch einfach nur krank. Ja, ja. Sag sofort ins Herzenraum, sobald er anfängt zu killen. So, jetzt bin ich hier auf Discord wieder. Hi. Ich musste nur gerade was in Minecraft lernen. So, Autospice an. Ja, mit dem Killen die ganze Zeit. Ja. Ja. 93 Abonnenten. What the fuck? What the fuck? Das. Das kann doch nur ein Bot sein. Das kann nur ein Bot sein. 193 Abonnenten. 193. Und das ist Live-Sucht drauf aus. Ist das? Ist halt auch nochmal auf YouTube. Das ist doch einfach nur krank. 193 Abonnenten. Ja. 193. 194 laut der YouTube-Abo-Box. 194 Abonnenten. Jetzt in der Sekunde. Ja. Hier. 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 Cornadus-Brot. Wer ist Cornadus-Brot? Wo kommen die alle her? Danke fürs Abonnieren. Das ist doch einfach nur krank. Also, wäre das jetzt mit so einer RTL-2-Kamera, könnte man so sagen... 195! Was ist das? Was ist das? Das ist doch nur ein Bot. Alles klar. Ja, wenn du 200 geschafft hast, ekst du ein Glas mit Orangensaft und Milch. Oh Gott. Ja, viel Spaß. Das musste ich machen einmal. Okay, ja. Das war nicht so schön. Ich will sagen, ja. Aber das ist... Spiel weit oder Pflicht. Ach Gott. Ja. Ja, ich hab's für eine... Schon wieder! H-S-B... Der heißt H-S... H-S-H-B-A-B-D-V-P-Q. Danke fürs Abonnieren. Das ist komisch. Das ist komisch. Äh, vielleicht tun jetzt gerade Leute, die das Hust hauen, Accounts erstellen, um mich damit zu abonnieren, um meine Ausraster zu merken. Das ist erlaubt. Das ist alles nicht erlaubt. Ja, das ist erlaubt. 196. Wir schaffen dir heute noch die 200. Es ist... Also, das ist... Alles klar. Leute, abonniert ihn weiter, damit er sich ein Ei auf den Kopf schlagen wird. Alles klar. Alles klar. Was, was... Das ist einfach so krank. Leute, drei Abos, dann... Dann haben wir die... Dann haben wir die 200. Jetzt hab ich nur 196. Okay. Trotzdem krass. Drei... Vier Abos, dann... Dann hab ich die 100... 400 Abos. Alter, das ist krank. Ey, was würdest du machen, wenn plötzlich auf einmal eine Millionenzähler steht? Und vor allem... Hier ist Hussauer. Alter, ist das Fire-S grad richtig. Upsala. So. 196 Abonnenten. Und gestern, wie wir sehen können, waren es noch 157. Das ist so einfach nur krank. Mal schauen, ob es die Subscriber-Daten jetzt sogar vielleicht zum Teil kann, dass die vielleicht sowas schon aktualisiert. Hier, jetzt wurde es aktualisiert. 196 Abonnenten. Ich dachte auch, das hängt nach. Okay. Jetzt haben wir schon noch 97. Danke. Ciao. Ihr seht das hier live. 197 Abonnenten. Warte. Aber was ich nicht kapiere, bei manchen wird es halt angezeigt, der hat mich abonniert im Stream und bei anderen halt nicht. Das kapiere ich jetzt so nicht. Oh, FD... Oh, ist wieder neu. F, T, B, S, F, S... Alter, der... B, D, B, S, V, S, V, S, V. Was soll man da zu sagen? Danke. Aber ernsthaft. Hast du gerade gesehen, oder siehst du gleich, wie der heißt? Das ist doch einfach nur krank. Aber das verstehe ich nicht. Wieso? Dings, die haben alle immer so komische Namen. Das ist auffällig. Ja, ist halt erst so, aber ernsthaft. Also, hey, das ist echt auffällig. Weil hier, da kannst du wieder davon ausgehen, dass da entweder einer aus Langeweile auf der Tastatur rumgamert hat, oder weil er jetzt keinen passenden Arm gefunden hat, dafür so einen scheiß Zweit-Account oder sowas. Oder du kannst ausgehen, dass das wieder so ein komischer Gerder in der Scheiß-Computer-Account ist. Ah. Boah, nochmal mein Knoch nach Fottmuster. Was? Was geht ab? HDSC, SC, danke fürs Abonnieren. Es haben wieder zwei Leute abonniert. Drei Leute. Wo ist das geile Bild? Als ich da die ganze Zeit aufklären musste, da wegen dem... Alles klar. So, halt mal hier. 199 Abonnenten. Nee, oder? Nee, oder? Bestes Bild EU. 30 Likes. 199 Abonnenten. Leute. Ich glaube, wir schaffen noch 200 Abonnenten. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Wie ich schon gesagt, bei 200 Abonnenten musst du dir ein Ei-Aufkopf zerschlagen. Ich bin ganz kurz hier, ähm... Hallo Leute. 200 Abonnenten! Ich hab... Gar nicht kurz. Ich hab 200 Abonnenten! Bam! Krass, ey, wie's ausschlippt, ne? Leute. Auch wenn... Hier. Nike... Nike Tour Music. Nike Tour Music. Du bist das 200. Abonnent. Jetzt hab ich nur noch 199. Warte. Aber trotzdem. Das ist krank. Jetzt haben alle herzlichen Glückwunst, hab ich nur noch weniger. Ey, aber jetzt hab ich nur noch 200. Das ist krank. Wir machen jetzt Party. Wir machen jetzt Party. Das ist einfach nur krank. So, wie, Alter? 201, ne, oder? Wer? Wer, wer? Oh! Luftgurl. Alles klar. Danke fürs Abonnenten, jedenfalls normal. Aber ernsthaft, was geht's hier ab? Zum Wider, Alter! DRGFDFGHG. Alles klar, so Party! Nee, das ist von LMA, FO oder so, wie das heißt. Leute! So, mit dieser sehr motivierenden Hintergrundmusik, möchte ich mich bei 200. Abos bedanken. Das ist esst, 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 krass. Und, Leute, das ist, ich hätte esst nicht gedacht, dass ich das jetzt instant bekommen. Das ist wirklich einfach nur krank. Krank ist das. Krank und geil. So, also esst, Leute. Das muss man auch erst mal, äh, Mann. Das muss man wirklich auch erst mal realisieren. Und ich fang an, es zu realisieren. Ich fang an. Aber... Schon wieder ein neuer! Alles klar. Was geht hier ab? Was? Was geht hier ab? Ich hab keinen Fall. Ich hab mich grad hingestellt, es zu realisieren. Und schon wieder kommen neue Abonnenten. Das ist einfach nur krank. Einfach nur krank, ey. Boah. Das ist... Krank. So. Wir werden es ja zumindest gleich sehen, wenn ich mal Twitter öffne. Das ist aber... Es ist krank hier. Ich hab's grad gemacht. Aber das ist krank. Das ist... Es ist... Es ist... Krank. Ich halt das hier nochmal fest. Boah. Sorry. Ich halt es erst fest, damit Leute wissen, aha. Ne, es war wirklich so. Es war... Nicht ausgedacht. Mit dieser Bombenenation muss ich den Stream jetzt dann aber leider, leider beenden. Es hilft alles nix. Ähm... Es ist einfach nur nice. Wir sollen es... 250 Farbe ist jetzt so nein. Und... Es ist unbeschreibbar. Es ist un... Beschreibbar. 204 Abonnenten. Das ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Ja, mal sehen, wie es das entwickelt. Ähm... Es ist halt einfach de facto wirklich krass. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Susound von dem Stream, was am Schluss wirklich noch mal erst feierbar war. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke auf das Susound auf jeden Fall. Es ist einfach krass. EÉ